Die Raumfahrt-News im Überblick. Blue Origin wird für die NASA einen Mondlander bauen. China hat erstes Programm für kommerzielle Frachtversorgung seiner Raumstation gestartet. Starliner laut NASA bereit für Start mit Crew. Elon Musk veröffentlicht Raptor 3 Testresultat. Arbeiten an Mega-Star-Sandwich haben begonnen und Starship 25 soll seine sechs Raptoren feuern. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen klären wir heute in den Raumfahrt-News. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrt-Kanal im deutschen Sprachraum. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Mittwoch ist eine Lange Marsch 3b mit Baidu-Navigations-Satelliten gestartet. Am Freitag hat SpaceX mit seiner Falcon 9 22 Starlink-Satelliten der zweiten Generation von Cape Canaveral ausgestartet. Interessante Mitteilung in dieser Woche von Elon Musk. Da die Starlink-Konstellation jetzt laufe, konnte er einige der besten Leute aus dem Starlink-Programm in das Starship-Programm übernehmen. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, noch nicht erfolgt. Aber da ich bei Astro Tim als Co-Moderator zu Gast bin, sei euch der zweite private Axiom-Start zum ISS mit SpaceX Crew Dragon ans Herz gelegt. Der findet am Sonntag, den 21. Mai um 23.37 Uhr im ESZ statt. Tim Stream, der startet um 22 Uhr. Ich würde mich sehr freuen, euch da im Chat zu sehen. Wird bestimmt ein cooler Start. In den nächsten Tagen wird laut ULA-CEO Tory Bruno der statische Feuertest der neuen Falcon-Rakete durchgeführt. Bruno twitterte, dass sie eine Handvoll an Parametern nach dem letzten Betankungstest korrigieren müssen, wobei das meiste Anpassungen an der Software seien. Es gab Schwierigkeiten mit einem Schutzgas für die Triebwerkszündung. Hier könnte zusätzlich zur Softwareanpassung kleinere Hardware-Änderungen nötig sein. Laut Bruno fehlt aber nichts an den Triebwerken an sich. Diese Anpassungen, die sie jetzt noch machen müssen, die können sie nur innerhalb der Integrationshalle gut machen. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen werden, werde es dann in den kommenden Tagen soweit sein und sie werden die erste Stufe zünden. Für den ersten richtigen Start müsste zusätzlich zu einem einwandfreien Static Fire noch die Untersuchung an der kürzlich explodierten Sandauer Oberstufe geklärt werden. Diese Untersuchung dauert aber noch an. Sollte die Untersuchung ergeben, dass es ein Teststandproblem war und kein Oberstufenproblem, könnte man diesen Sommer starten. Sollten Anpassungen an der Oberstufe nötig sein, werde es länger dauern, aber Bruno erwartet, dass sie noch in diesem Jahr starten. Boeing Starliner ist laut NASA in guter Verfassung und zurzeit sieht alles nach dem geplanten Start am 21. Juli aus. Es wäre der erste Start mit Crew des Starliners nach zwei nicht ganz planmäßigen Flügen. Die NASA wird zusammen mit Boeing noch einige Tests durchführen, die eventuell das Startdatum beeinflussen, aber sowohl bei der NASA als auch bei Boeing zeigt man sich aktuell sehr zuversichtlich, dass das was wird. Obwohl der Starliner mit massiver Verspätung zu kämpfen hatte und durch seine Vertragsstruktur wohl sehr viel mehr Geld gekostet hat, als er bisher eingebracht hat, gilt das Commercial Crew Programm und das Commercial Cargo Resupply Programm der NASA als die größten Errungenschaften der NASA in den letzten 20 Jahren. Hier ist man viel Risiko eingegangen, aber letztlich haben sich die Programme massiv ausgezahlt, die Kosten für die NASA gesenkt und gleichzeitig die Fähigkeiten erweitert bzw. Redundanzen geschaffen. Die Hauptverantwortliche für das Commercial Crew Programm bei der NASA war Casey Lüders. Die studierte Ingenieurin ist dieses Jahr nach einer langen, erfolgreichen NASA-Karriere und zuletzt als die Hauptverantwortliche für astronautische Raumfahrt in den Ruhestand gegangen. Ruhe halten kann sie aber offensichtlich nicht. Meine News der Woche, Casey Lüders wurde diese Woche als die neue Hauptverantwortliche für das Starship Programm bei SpaceX bekannt gegeben und wird nun die Leitung der Starbase von Gwynne Shotwell übernehmen, der sie dann auch direkt untersteht. Meiner bescheidenen Meinung nach vermutlich die beste Besetzung, die man sich aktuell für das Starship Programm nur wünschen kann. Um den Startup-Schrottplatz mit seinem Motto, ja wir scheitern uns zum Erfolg, in ein bodenständiges Raumfahrtprogramm zu verwandeln und der NASA letztendlich einen funktionssüchtigen Mondlander mit dem HLS auf den Hof stellen zu können. Dazu aber gleich im Starship Blog mehr. China setzt auf Kommerzialisierung. Wenn wir in Europa ganz gerne mal das Rad neu erfinden und auf jeder Podiumsdiskussion jemand erklärt, warum Sachen, die in den USA funktionieren, in Europa nicht funktionieren, ist man in China mit einer anderen Strategie extrem erfolgreich. Kopieren, verbessern, überholen. China pumpt neben seiner staatlichen Raumfahrt schon seit Jahren Geld in Raketen-Startups, um seine Fähigkeiten schneller und kostengünstiger zu verbessern. Diese Woche wurde von der chinesischen Behörde für Astronautische Raumfahrt ein kommerzielles Frachtversorgungsprogramm vorgestellt. Mit diesem Programm sollen private Anbieter die chinesische Tiangong-Raumstation mit Fracht versorgen, ähnlich den Dragon- und Signus-Flügen für die NASA. Als Anforderung werden mindestens 1,8 Tonnen Fracht mit einem Druckkörper von mindestens 7 Kubikmetern genannt. Das Raumschiff soll mindestens drei Monate gedockt an der Station bleiben können und der Preis pro gelieferter Tonne Fracht soll 17,2 Millionen Dollar nicht überschreiten. Am Ende seiner Lebensdauer soll es kontrolliert wieder eintreten können und dabei mindestens zwei Tonnen Müll entsorgen können. Zwar stellt die Kommerzialisierung mit Sicherheit die Zukunft der Raumfahrt dar, jedoch für die Exploration des Ungewissen, da wird es die großen und teuren staatlichen Projekte brauchen. Im Artemis-Programm sollen einmal regelmäßig Menschen zum Mond fliegen. Aber für Außenstehende nicht leicht ersichtlich. Das Artemis-Programm ist massiv unterfinanziert. Die NASA-Pressekonferenz dieser Woche kann man eigentlich nur als Budget-Hilferuf interpretieren. Für den Zeitraum von 2024 bis 2028 wird die NASA laut Jim Free mindestens 41,5 Milliarden Dollar brauchen, um alle Programme bis dahin weiter zu betreiben. Das Budget war eines der Haupthindernisse, das die NASA nicht wie geplant zwei Mondlander für das Artemis-Programm ausgewählt hatte, sondern SpaceX alleine. Das führte zu Protesten und letztendlich zu einer zweiten Runde, an der sich SpaceX dann nicht beteiligen durfte. Wie die NASA am Freitag bekannt gab, wird das von Blue Origin geleitete Team jetzt den zweiten Mondlander für das Artemis-Programm liefern. Das vorgestellte Design unterscheidet sich deutlich vom ersten eingereichten Entwurf und ist nun wie das HLS Starship auf Wiederverwendung optimiert. So soll es 20 Tonnen Nutzlast auf den Mond bringen können und danach wieder zum Gateway fliegen. Nicht wiederverwendbar soll es 30 Tonnen zum Mond bringen können. Der NASA-Vertrag sieht 3,4 Milliarden Dollar vor, wobei Blue Origin-Vizepräsident John Kuloris in der Pressekonferenz sagte, dass Blue Origin einen deutlich größeren Betrag selbst beisteuern werde. Der aktuelle SpaceX-Vertrag für das HLS mit mehreren Meilensteinen wie Demonstrationen von Betankungen und Testlandungen umfasst 4,2 Milliarden Dollar. Zwei der reichsten Männer der Welt wollen nun mit ihren privat gegründeten Raumfahrtfirmen und komplett unterschiedlichen Designs Menschen zurück zum Mond bringen. Getränke, Kaltstellen und Popcorn besorgen, das wird extrem spannend. Mondschwerkraft kann man auf der Erde natürlich nicht simulieren. Trotzdem muss man dafür nicht unbedingt in eine Rakete steigen. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, bin ich schon auf meinem Weg nach Bordeaux. Dort will ich zusammen mit der Deutschen Raumfahrtagentur in einen Zero-G-Flieger steigen. Und tatsächlich kann man im Parabelflug auch die Schwerkraft von Mond und Mars generieren. Wenn ich in das Flugzeug steige, wird es aber natürlich die Schwerelosigkeit sein. Ich bin sehr gespannt auf diese Erfahrung. Ein absoluter Kindheitstraum, der da wahr wird. Dass ich dort hinfahren kann, verdanke ich natürlich der Einladung der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR. Und ich verdanke es euch. Die Reisekosten habt nämlich ihr zusammengetragen. Vielen, vielen Dank dafür. Außerdem geht hier natürlich wieder ein großes Dankeschön an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Wenn auch du Senkrechtstarter dabei unterstützen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, dann findest du unter dem Video den Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft oder dem Senkrechtstarter-Patreon. Hashtag Team Space Zu spät für die letzten News, aber heute immer noch aktuell. Elon Musk hatte Testresultate für ein nun bestätigtes Raptor 3 geteilt. Und zwar mit atemberaubenden 350-Bar Brennkammerdruck habe man 269 Tonnen Schub erzeugt. 33 dieser Triebwerke an einem Booster können 8.877 Tonnen Schub erzeugen. Da sich die Abmessung wohl nicht geändert haben, muss das zulasten des spezifischen Impulses gegangen sein. Paradoxerweise kann es jedoch sein, dass sich gerade für die Wiederverwendung das Mehr an Schub durch ein besseres Schubgewichtsverhältnis auszahlt und so trotzdem Treibstoff gespart werden kann. Das Starship soll durch die Wiederverwendung ja derart günstig werden, dass der Treibstoff dann das teuerste am Start ist. So zumindest der Wunschtraum von Elon Musk. Das Raptor-Triebwerk ein super spannendes Thema. Da gab es diese Woche auch ein neues Technik-Video zum Raptor 3. Das verlinke ich euch unter dem Video. Noch nicht offiziell, mit welchem Starship-Prototypen auf Booster 9 der nächste Start erfolgen wird. Aktuell wurde Schiff 25 für einen bevorstehenden statischen Feuertest seiner sechs Raptor-Triebwerke zum Suborbital-Pad gebracht. Es hat neben drei Meereshöhen-Raptoren auch drei Vakuum-Raptoren und ähnelt im Bauzustand dem Starship 24, das ja beim ersten Flugversuch der gesamten Rakete am 20. April verwendet wurde. Das Schiff 25 befand sich für Drucktests vorher auf der alten Gun Range, die seit Anfang des Jahres zu einem Teststand für Raketen und Triebwerke umgebaut wurde. Diese Erweiterung etwa vier Kilometer westlich der eigentlichen Starbase wird auch Macy's genannt. Laut einem Tweet von Elon Musk hat sich Macy's in sehr kurzer Zeit, seit sie es nutzen, als auch sehr hilfreich erwiesen. Ich hatte das Twitter-Interview für euch ja zusammengefasst, in dem Elon Musk erklärt, wie die Lösung des Problems aussehen wird und wie sie funktionieren soll. Von einem Mega-Stahl-Sandwich hatte er gesprochen. Eine sehr große Stahlstruktur aus zwei Platten, die von Wasser durchströmt wird und ähnlich wie die Wand einer Brennkammer gekühlt wird und an deren Oberseite Wasser durch Löcher austreten kann. Wie das Ganze in kleinem Maßstab für ein einzelnes Raptor aussieht, davon hat SpaceX am Freitag ein Video auf Twitter geteilt. Neben der Kühlung der Platte soll das ausgetretene Wasser dann beim Starten der Rakete verdunsten und so zusätzlich Hitze abtransportieren und damit diese Schutzstruktur wiederverwendbar machen. Und zwar ohne größere Reparaturen. Denn das Gesamtziel von SpaceX bleibt ja, das Starship nicht nur komplett wiederverwendbar zu machen, sondern auch schnell, mit einem Minimum an Inspektion oder Wartung. Wie das Ganze im Detail aussehen könnte, haben Chris und Owe jeweils versucht, in 3D zu visualisieren. RGB hat bei einem seiner Überflüge die Arbeiten an diesem Mega-Stahl-Sandwich abgelichtet. Ich zeige die Aufnahmen nicht im Detail. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, folgt ihm auf Twitter oder am besten unterstützt ihn. Dank seiner Luftaufnahmen haben wir besonderes Wissen zu den Fortschritten in der Starbase. Fortschritte in der Starbase, gutes Stichwort. Wie eben schon berichtet, übernimmt Kathy Lüders die Leitung der Starbase und damit das Starship-Entwicklungsprogramm. Denn seit dem vergangenen Sommer und Elons Twitter-Übernahme war Gwynne Schottwil auch da zuständig. Obwohl sie mit dem operativen Geschäft und der Gesamtleitung von SpaceX sicher genug zu tun hatte. Kathy Lüders wird direkt Gwynne Schottwil unterstehen. Die beiden kennen sich sehr, sehr gut. Kathy Lüders war lange Jahre für das Commercial-Crew-Programm verantwortlich. Dann übernahm sie bei der NASA die Gesamtleitung für die astronautische Raumfahrt. Und zwar bis Anfang diesen Jahres, bevor sie dann in den Ruhestand gegangen ist. Von der NASA relativ nahtlos zu SpaceX. Da äußert nun mancher den Verdacht auf Vorteilsnahme, sprich Korruption. Erst war sie bei der NASA verantwortlich für einen Multimilliardenauftrag an SpaceX. Und dann bekommt sie nach Eintritt in den Ruhestand bei SpaceX eine leitende Funktion. Und vermutlich ein Vielfaches ihres NASA-Gehalts. Das allein ist nicht strafbar. Und weiteres müssen wir gegebenenfalls andere untersuchen. Und moralisch dann bewerten. Das nehme ich mir nicht raus. Aber es gibt bestimmt Vorteile für die NASA, wenn jemand mit NASA Hintergrund das Starship-Programm und insbesondere das Human Landing System auf NASA-Standard bringt, oder? Schließlich soll das HLS-Starship-Nasa-Astronauten ja mit Artemis 3 auf den Mond landen. Fun fact, Boeing ist mit seinem Konzept des HLS aus dem initialen Wettbewerb rausgeflogen, weil Kacys Vorgänger Doug Lovero Details des SpaceX-Angebots an Boeing durchgestochen hatte. Der musste daraufhin seinen Hut nehmen als Gesamtverantwortlicher für die astronautische Raumfahrt bei der NASA. Casey Lüders wurde seine Nachfolgerin und die erste Frau in dieser Position seit der Gründung der NASA. Korruption, ja oder nein? Die NASA spart viel Geld durch das kommerzielle Crew-Programm und die Dragon-Flüge zur ISS. Nebeneffekt, SpaceX darf die mit NASA-Mitteln entwickelten Raketen und Raumschiffe auch anderweitig nutzen. Und das bringt uns zu den Starts der kommenden Woche. Am Sonntagabend, ich hatte es gesagt, der 21. Mai soll die zweite private Axio-Mission zur ISS aufbrechen. Dann bin ich bei Astro Tim zu Gast und freue mich, wenn ihr da mit uns zusammen schaut. Wir streamen ab 22 Uhr. Der Start wird Punkt 23.37 Uhr erfolgen. Sollte der Start vorher abgebrochen werden, ist es dann am Montag, den 22. Mai mit 23.14 Uhr ein Tick früher. Am Montagmorgen um 7.30 Uhr MES-Z will Rocket Lab seine Elektron mit den letzten beiden Tropic-Sturmbeobachtungs-Satelliten der NASA starten. Am Mittwochmorgen startet SpaceX mit seiner Falcon 9 von Cape Canaveral aus den Kommunikations-Satelliten Arabsat 7b. Südkorea hat zukünftig Großes vor und will wichtiger Raumfahrt-Player werden. Am Mittwochvormittag starten sie ihre Kleinträger-Rakete Nuri mit zwei Kleinstatelliten. Am Mittwochnachmittag startet Roskosmos mit seiner Soyuz-Rakete von Waikonur aus den Progress-Frachter MS-23, wohin natürlich zur ISS. Virgin Galactic versucht es wieder. Am Donnerstag soll der Flugbetrieb des Suborbital-Raketenflugzeuges VSS-Unity erneut starten. Am Freitag am späten Abend will Roskosmos von Vostochny aus seine Soyuz-Rakete mit Fregat Oberstufe starten, um einen zivilen Radarbeobachtungs-Athleten zu starten. Die kommenden Starts im Schnelldurchgang, ich hoffe dir hat es wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen und mit dem Abo hier, ja, da kannst du dir einen Platz in der ersten Reihe für alles, was uns in der Raumfahrt noch erwartet, sichern. Denn die Zukunft der Raumfahrt, die wird ja unglaublich. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.